Das Gymnasium in Sombrata ist die Schule mit Tradition. In diesem Jahr feiert die 70. Jubiläum. Seit 20 Jahren wählen die Schüler als 8-jähriges Jubiläum. Im Vestibur sind Vokaler von Sport- und Bewerber. Da sitzen die Schüler in der Pause und Klaude. Im Vestibur sind die Schüler in der Schule. Im Vestibur sind die Schüler in der Schule. Da lernen wir Deutsch. Neben der Schule ist ein kleiner Park. Wir gehen zum Schulhof. An den Länden sehen wir schon genau danach. Da ist Sportplatz. Wir spielen ihn auf und gern Urlaub. Wir gehen zum Schulhof. Wir gehen zum Schulhof. Wir gehen zum Schulhof. Wir gehen zum Schulhof.